So, hallo Timce, da sind wir wieder. Hallo Käsebrot-Freund. Bei der Schnecke. Herzlich willkommen, Triant, zweite Folge. So, hier, die Schnecke, die Gute. Die blockiert den Eingang. Ihr seht, großes Schneckenhaus am Start, oder? Ah, ich hab hier gleich mal fertig. Ah, jawohl, okay. Knusel gezappt, ey. Ist da oben noch irgendwas? Ähm, ah, 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 nein, 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 warte, warte, warte. Nein, du musst hier, wir müssen das Ding hier bewässern. Ja, ich sehe, hier kommt das Wasser. Und hier ist, du musst hier, genau. Ich mach das Ding rein. Mach ich. Ah, gute Dusche. So. Na, wächst's. Wächst's? Ah, ja, so ein bisschen, ja. Lecker Saletsche, hä? Ja, die hat zwei und die Schnecke. Ist gleich, aufgewacht und hin zum Salat. Lecker, lecker, lecker Salat. Oder? Warst du früher mal Schnecke, oder warum? Oh, oh, oh. Oh. Was war da? Da war eine Schlange. Psch. Groß? Ja, sehr groß, ja. Oh, okay. I see, I see. Oh. Ach so, ey, du Mist, warte, du. Und, tschüss, Sikowski. Oh, da ist noch einer. Und da oben ist so ein dickes Ding. Was für ein dickes Ding? Ich brauche hier mal so eine Kiste. Eine Kiste brauchst du. Ja, du musst mich da eben hochkisten. Ja, links bitte, links, 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 links. Und, jawohl, da ist alles klar. Hast du alles? Ähm, ja, ich glaube schon, ja. Alles klar. So, was gehen jetzt hier? Oh, da ist was denn hier drin. So, hier ist er. Ähm, ich sag mal tschüss. Oh, da ist es gewaltig. Schieß den mal ab hier. Den Pupp. Hä, 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 hä. Boah, voll zerr. Die Frostpfeile gehen ab, oder? Ziem, voll zerbritzelt. Okay, warte mal. Hier kann man doch, sehe ich doch. Oder? Kann man was, ja. Ja, hier kann man noch was. Oh, oh. Oh, oh, das hat noch was. Oh. Das ist das so gut. Oh, jetzt ist das da hinten runtergerollt. Ui. Was sind uns Zweck der Sache da? Elende Blase. Blase, Elend, Elend. Jetzt kommen wir da nicht hin wegen dem dummen Ding der alle. Warte, ich mag Magie das mal weg. Ja, du hast mal weg das Ding. Und den Hebel benutzen. Oh, ich muss das gedrückt halten. So, und zerr, drück. Okay. Kommst du da nübber? Oh, da unten liegt ja noch so ein Ding. So ein Ding. So, komm ich jetzt. Da kommt ich jetzt gerade nübber. Jawohl. Okay, dann machen wir mal hier Trick 17b. Aber? Du musst mal hier den magischen Mann machen. Und ich mach mir mal die... den Pontius. Und hoch mit mir. Drüben. Und schlubs. Erfahrung. Mehr Erfahrung. So, wer. So, wer. Und noch ein Blatt. Boah. Was ich. Ein bisschen. So, haben wir nicht gewettet. Du. Da kriegst du noch einen. Und du auch. Du. Da. Truff. 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 So, hack da mal. Hacke. Hacke eher. Ich hacke. So. Voll gefrostet. Voll gefrostet. Geh mal da hoch. Ich mach hier mal den magischen Mann. Äh, was, was, was? Ach so. Ich kisse dich mal hoch. Machen wir das so. Gut, ja. So. Riech da drauf. Oh, es rollt. Ja. Langsam, aber stetig. Oh, Level aufsteig. Warte. Okay, mach ich das schon. Gucken wir mal. Was machen wir denn jetzt? Schönes. Ja, jetzt kriegst du dich in was, oder? Jetzt kriegst du halt sein Frostschild, oder? Ah ja. Gekauft. So. Und was machen wir hier? Pistche. Pistche. Puffropse. Ui. 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 Was ist denn mit dem da unten los, ey? Dem scheint das nicht so gut zu sein. Wo bin ich eigentlich, ne? Wo bist du eigentlich? Ich weiß nicht, wo bin ich denn. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwo scheinst du dich hin. Ah, hast du geklappt? Ja, ja, ja. Natürlich, natürlich. Ist da oben noch irgendwas? Oh, oh. Äh. Weg da, Misty. Ähm. Ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Da. Sehr miesen. Oh, Mann. Ich bin schon da. Oh, ja. Okay. Gut, jetzt ja. Oh, ich hab's voll eingereist. Oh, ja. Die sind schon nicht verkehrt. Die sind Eispeile. Die sind ganz, ganz stark. Aber was macht denn jetzt ein Eisschild, bitte? Oder hast du ein Eisschild? Oder was hast du für ein Schild? Frostschild. Frostschild. Ich glaub, wenn die mich angreifen und ich blocke, dann kommt nur mal hoch. Frostet das? Ja. Achso, ja, warte. Äh, ö, ö, ö. Zack, zack, zack. Und hupf. Jawohl. Drüben. Mach mal den magischen Mann. Okay. Bin da. Ich bin hier irgendwie etwas am rumdilettanten. Ach, shit. Ich bin weiterhin am rumdilettanten. Und immer noch am rumdilettanten verflixt. Klappt's nicht? Nein. Nicht so, wie es soll. Brauchst du Assistenz? Brauch ich die? Nein. Brauch ich nicht. Ähm, okay. Okay, was haben wir denn hier? Äh, du kannst doch mit dem Schild die ablenken. Mit dem dicken und dann kannst du doch mit dem Schild da drunter und dann z-dabbelst du gleich die Kiste. Ah, ja. Krass, oder? Aber die nicht. Will ich das der Wind? Nein. Was sagt das? Was ist die Luft aus diesem Ohr? Ohrluft. Er spricht von Ohrluft. Oh, Ohrluft. Ach so, hier. Ich muss erst mal hier umgerankt werden. Und jetzt müssten wir die Bunker jetzt nehmen mit dem magischen Mann. Oh. Ah komm. Kommst du hier an die Dinger ran? Ich bin... Nee, da komm ich... Nee, da brauchen wir eine Kiste. Du musst das rechte Rohr nehmen. Oder so. Das ist natürlich auch... Ja, ja. Sehr gut. Ja, noch etwas höher links. Ja, sehr gut. Ja, haben wir es? Ja. Okay, das war's. Oh nein. Siehst du das? Oh. Schlangen. Schlangen mit Kerzschöp. Der lustig anrufende Ort. Haha, ist er nicht lustig? Ja. Dann tarnustig. Na dann rein in den Schlangentempel. Pssst. Ohohoho. Ohoho. Ich werde dich kennen. Da. Au. Vorsicht. Oh, die hat mich voll hier angespuckt. Ich sehe den Spuckfieper. Nee, du musst mir... Au. Okay. Okay. Ich bin wieder die magische... Die Bogen, wo die wir... Nee, du musst, du musst, du musst... Was muss ich? Ich muss hier hoch. Genau. Komm, größer hoch. Jetzt muss ich das von... Ja, jetzt warte und... Oh, jawoll. Bam. Hehehe. Oh, du musst noch auf das vordere Ding. Oh, muss ich? Ja. Wo liegt der noch? Wir sind noch Pizzbalken. Jetzt raus. Nee, das ist... Achso. Das ist auch... Ja. Oh, sie hat nicht gekehlt. Aber sich selbst auch. Oh, ja. Stopp. Ich brauch mal diese Brocken auf den Schädel. Power. Vielleicht eine super große Hummel. Oder? Was denkst du? Was? Die Schlange ist eine super große... Nee, was kommt als nächstes? Hat er doch gerade gefragt. Und ich tippe doch auf eine super große Hummel. Oder? Was denkst du? Ja. Ja. Das klingt auch ganz... Als ob es ins Konzept passen würde. Klingt vernünftig. Vielleicht können wir auf der reisen. Auf der guten Hummel. Vielleicht, ja. Ja.